Flugpassagiere kennen und viele fürchten sie sogar. Turbulenzen in der Luft während des Fluges. Es rockelt und anschnallen ist angesagt. Die unregelmäßigen Bewegungen gibt es nicht nur in der Luft. Man erkennt auf Satellitenbildern riesige Wirbel im Ozean. Solche und viel kleinteiligere Bewegungen werden unter dem Begriff Turbulenz zusammengefasst. Turbulenz ist für die Ozeanzirkulation sehr wichtig, die wiederum viele klimatische Bedingungen wie Niederschlag, Verdunstung und CO2-Verteilung beeinflusst und somit Auswirkungen auf das gesamte Klima hat, im Meer und auf dem Festland. Ozeanströmungen bestehen aus großen und kleinen Wirbeln. Der Ozean ist also ein Meer von Wirbeln, in dem selbst die kleinsten dieser turbulenten Bewegungen die größten Meeresströmungen beeinflussen können. Bislang sind jedoch viele grundlegende Aspekte dieser dynamischen Bewegungen im Ozean noch fast unerforscht. Das möchten die Forschenden des Transregio-Projekts Energy Transfers in Atmosphere and Ocean ändern. Sie erforschen insbesondere die Instabilitäten, aus denen turbulente Strömungsmuster entstehen, mit dem Ziel, genauere Klimamodelle erstellen zu können. Die Turbulenz in den Ozeanen sorgt unter anderem dafür, dass sich oberflächennahe warme und tiefer gelegene kalte Wassermassen vermischen können. Dabei werden verschiedene Energieformen ständig ineinander umgewandelt. Die Bewegungsenergie der Wirbel wird zum Beispiel genutzt, um warmes Wasser von der Wasseroberfläche nach unten zu wirbeln. Der Transport von warmem und daher leichtem Wasser nach unten kostet Energie, genauso wie es einen Menschen Energie kostet, einen schwimmenden Ball im Wasser nach unten zu drücken. Das bessere Verstehen dieser Energieumwandlungen ist ein wichtiges Thema im Forschungsprojekt. Nur wenn der Energieaustausch zwischen den zahlreichen turbulenten Bewegungsformen innerhalb des Klimasystems besser verstanden und beschrieben wird, können zuverlässige langfristige Aussagen über klimabedingte Änderungen im Energiehaushalt der Meere getroffen werden. So tragen die Forschenden im Projekt ihren Teil dazu bei, dass es genauere und zuverlässigere Klimaprognosen geben wird. Damit helfen sie weltweit vielen Menschen, sich besser auf die zukünftigen Klimabedingungen einstellen zu können.